Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies zusammen mit Lumi. Hallöchen! Jetzt auf Seiten der Zombies und jetzt mit dem neuen Wissenschaftler. Ja, bei mir auch, mit Dr. Chester. Ich nenne ihn einfach mal Dr. Käse. Wobei die Waffe von vorne sieht aus wie so ein Schwein. Weil der erinnert mich an so eine Schweinsnase. Ich glaube, das soll ein Tiger sein. Guck mal, was der auf dem Kopf hat. Stimmt! Die Chester sagt mir die ganze Zeit was. Aber mir will Spartan nicht einfallen. Das ist doch bestimmt von irgendeinem Film oder so irgendwas. Jetzt nennen wir erstmal alles neue. Käsewarp, Gepaarteilstation, Gepaarthaft, cool. So, haben wir alles. Wie käsig ist der Käsewarp. Das ist so cool. Was rollt jeder schon los? Mensch. Ja, Moment. Es ist ein Gepard. Das ist kein Tiger. Weil es ja auch eine Gepard-Heilstation ist. Naja, Tierhalt. Ich lese mir das gerade noch durch. Okay. Knusper, Katalysator, Mähcremiker, Käse und extreme Energie. Gut. Ah, nee, nicht nochmal anpassen. Nein, nein, nicht. Einfach hat mich eingeschleimt. Geh weg. Hä? Was ist denn das hier? Oh, ey, mit der Waffe musst du aber ganz nah dran stehen, dass du Schaden machst. Ich weiß gar nicht mehr, was der Wissenschaftler überhaupt kann. Ist ja hier eine Nachkampfwaffe. Wieso brenne ich denn? Wo hat es denn hier angefangen, dass ich brenne? Da bist du. Okay. Ja, aber ich habe gerade plötzlich angefangen zu brennen, sinnloserweise. Und ich stelle mal eine Heilstation hin. Ich will ja nicht mal eine vernünftige Erbse haben, mit der ich auch umgehen kann. Die Plasmaerbse war ja nichts für dich, ne? Ne, das ging überhaupt nicht. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich brenne. Ja, ich habe vorhin auch gebrannt. Wer macht denn das, brennt Schaden? Das ist, glaube ich, so eine komische Sonne. Sonne? Ja, es gibt da so eine Sonne, die macht, äh, Brandschaden. Toll, eine Falle getappt. Hilfe, das geht ja gar nicht. Wir haben auch wieder keine, keine Elektriker da, kann das sein? Also, äh, nicht. Mechaniker, Ingenieure. Ja, ich weiß ja, was meins. Aber nee, ich glaube nicht. Noch keinen. Doch, jetzt steht ein Teleporter. Eben, die haben vier Schnapper. Vier von den Drecksteilen. Oh, toll. Teleporter wieder kaputt. Ey, das ist, ist, ist ja... Das ist jetzt quasi die gleiche Gruppe, wie wir in der letzten Runde gegen die Zombies gespielt haben, ne? Mit den 116er-Leuten da dabei. 164er, meine ich. Wieso kann der nicht einfach sterben? Das ist doch nicht wahr. Nein. Nein. Als Wissenschaftler läuft noch schlechter. Als Schnapper. Hm. Ja, bei mir auch. Müssen wir uns einfach mehr Mühe geben. Ich finde die Waffe auch doof. Du musst doch noch ran an den Gegner. Wir müssen halt öfter mal diese Käse-Explodier-Dinger verwenden. Ist ja nicht, was ich mit dem Ding an anfangen soll. Die haften noch da und explodieren, oder? Oh, ich glaube, der hätte so ja mit jemanden getötet. Ja, siehste. Du hast es voll drauf. Was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Toll, wenn ich eingeschleimt bin und gefressen. So. Oh, da hat mich jemand gerettet. Jetzt kann ich hier nämlich auch ja keinen Headshot machen mit den Dingern hier. Ich muss mir meine Fähigkeit noch mal genau angucken. Ich weiß gar nicht, was da was ist. Irgendwie. Was ist denn das in der Mitte, was so explodiert? Das ist deine Warp-Funktion. Ah. Ich komme ja nie dazu, es auszuprobieren, weil ich sterbe immer vorher. Na, zumindest haben wir das Ziel erobert. Wie auch immer wir das gemacht haben. Also ich war nicht beteiligt. In keinster Weise. Das mit dem Warp ist aber auch bescheuert. Das ist ja so ziellos irgendwie. Hm. Aber ich habe eine Mission abgeschlossen. Ich bin sehr stolz auf dich. Der Telefon, das steht. Meine Haftbombe hat jetzt einen Schaden bei dem. Wie macht es ungefähr? Kann ich den Leuten einfach einen Kopf werfen? Ich glaube, der macht mehr Schaden mit diesen Haftbomben als durch die normale Waffe, kann das sein. Ja, die Waffe macht die Waffe 25 pro Treffer. Ich habe Massenheiler geschafft. Das ist, glaube ich, dass man eine bestimmte Anzahl an Leuten in einer Runde heilt. Oh, ich glaube, ich habe etwas getötet. Da war ich aber schon tot. Ja, ich habe etwas getötet. Ich bin der Wahnsinn. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt haben die Pflanzen keine Chance mehr. Keine Chance, sage ich. Vielleicht noch eine minimale, aber... Und die nächste Mission abgeschlossen. Hier, du rockst ja. Na, jetzt läuft's. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt holen wir's. Super, Heiler. Ich habe auch geschafft. Oh, okay. Da war's vorbei. Hier hat eine Abschussserie gestoppt. Ja, 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 Kartoffelnmine und so. Das ist aber auch mies. Ich glaube, ich hätte ich gerade noch wiederbeleben können, aber da war's schon weg. Ich finde die doofen Kartoffelnminen sieht man aber überhaupt nicht. Ich achte da ehrlich gesagt auch gar nicht drauf. Das kommt vielleicht mit wachsender Erfahrung. Na ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Spielstunden. Na, stimmt, noch nicht. Es ist nicht eine oder zwei. Wow. Oh, Hilfe. Du hattest mich aber in die Luft gejogt gerade. Von der Bambuswunde, super. Das ist nicht mal ein menschlicher Gegner. Zweimal einen Feind unmittelbar nach einem Warpen erledigen. Ja, die Mission habe ich auch. Die klingt eklig. Ich glaube, die überspringe ich. Hatte ich auch schon überlegt. Können wir denn umkreuz? Komm, Flaggenzombie. Und gleich noch mal hinterher hier. Wieso bin ich jetzt schon wieder fast tot? Das ist ja eine viele Frechheit. Wollt ihr gerade eine Heilstation hinstellen, aber du kannst das ja selber machen. Troll. Hier ist was los. Ach, so ja, noch einen mit einer Haftkugel erwischt. Er sagt, die Dinger sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich verstehe bloß nicht, explodieren die bei Berührung? Explodieren die nach Zeit? Ich glaube, die... Keine Ahnung. Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Bei Berührung mit dem Gegner? Also ich habe sie schon tatsächlich an Gegnern haften gehabt, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Na, komm, die Garten haben wir gleich. Wie soll man den Gegner direkt nach dem Warpen erledigen, wenn man mit dieser blöden Waffe fast keinen Schaden macht? Da muss er dann nur noch vielleicht so 5 KP haben oder sowas. Ja. Gut, mit dem Warp hier kannst du ja schon mal ein bisschen Schaden machen, wenn du sie triffst. Ach, echt? Nee, nee, da wo du landest, entsteht so ein kleiner Explosionsradius. Ach. Aber ich habe noch nicht gesehen, wie viel Schaden das im Endeffekt macht. Ist das mit allen Warps so oder nur mit dem Warp von dem jetzt? Ist jetzt hier bloß der Käse Warp. Okay, 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 das finde ich mir gut. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen. Hey, super. Da steht noch ein oller Kaktus, ja. So. Der ist jetzt verkrochen. Ja gut, dann muss ich diesen Käse Warp wohl ein bisschen öfter verwenden. Nein, bloß dafür müsste man erst mal wissen, wie weit man dafür jetzt wirklich warpt. Was fahren denn bei dir im Haus für LKWs vorbei hier? Wieso? War gerade eben so ganz laut. Du musst ja jetzt auch mal vorbeigefahren. Keine Ahnung. Das war doch bei dir. Oder ich hörte durch meine Kopfhörer nicht, ich weiss es nicht. Ey. Ich habe gerade ganz gekonnt. Ich wollte eigentlich, ich wollte eine Haftbombe auf den Gegner schmeißen. Ich habe aber stattdessen aus Versehen den Warp aktiviert. Bin durch den Schnapper hindurch geworpt, um dann auf der nächsten Zeit direkt in seine Schlimmpflanze zu treten und zu sterben. Das nenne ich gut. Boah. Nein. Ich werde hier wieder von hinten geschnappt. Kannst du mal bitte hier irgendwie überleben? Danke. Ich bin voll egoistisch. Ich mache meine Heilpflanzen immer nur dorthin, wo ich gerade was brauche. Na, du setzt sie wenigstens ein. Heilroboter. So. Ah, guck mal, wir nehmen hier schon richtig ein. Ich werde hier mal hinstellen. Das ist ja total super. Ich habe schon fast alles eingenommen hier und noch zwei Minuten Zeit. Na, belebt mich jemand wieder? Es sind vier Stück da. Einer von euch deppen könnte mich jetzt mal... Wo bist du denn? Bist du das hier? Ja, das bin ich. Ah ja. Das ist aber lieb von dir. Und jetzt kannst du mich gleich wieder beleben. Wo bist du denn? Ich liege jetzt genau neben dir. Bist du das? Ja. Sehr schön. Dankeschön. Und dann macht man hier nochmal Feuer. Hier, Feuer wollte ich nicht. Genau das, was du gemacht hast, das wollte ich machen. Oh, super, Heiler. Ja, das habe ich schon bekommen. Wir sind jetzt gerade auf der gleichen Ebene quasi, oder? Ja, also mir fehlt jetzt bloß noch die guten Worten. Mir fehlt noch irgendwas anderes. Oh, wo fliegst du denn hin? Kartoffelnmähle war das. Da bist du. Ich war eben verabschiedet, ja. Nassi. So sauber, schön aus der Flug. Und hat sich nicht ganz so schön angefühlt. Kommt da gerade irgendwie... Oh, 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 ich habe Bugs. Ich bin scheinbar irgendwo hingeflogen, wo ich nicht sein darf. Kann das sein? Oder kann mich doch eigentlich auch niemand wiederbeleben. Wollte gerade sagen, du bist ja quasi ja genau vor mir gelandet. Wow, also das Spiel hat gerade ein bisschen Probleme bei mir. Ich bin... Quasi... Ah. Kann man sich irgendwie selbst töten? Nicht, dass ich wüsste. Das ist natürlich... Wo bist du denn? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Ich sehe zumindest deinen Namen. Ja, aber ich glaube, ich bin unterhalb des Spielfeldes. Ja, doch bist du, ja. Nein. Nein, wie ätzend. Ich komme hier aber auch irgendwie nicht mehr raus. Wie bist du denn da gelandet? Ich weiß es nicht. Oh, ist das ätzend. Kämpf du mal weiter. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, wie ich hier wieder... Wenn ich jetzt hier meinen würde, würde ich sagen, endlich trifft es mal jemanden anders und nicht nur mich. Aber du bist ja nicht gemein. Nein, natürlich nicht. Das ist ja... Ist das dämlich. Schick mir mal eine Pflanze vorbei, dass sie mich killt. Aber man sieht mich ja nicht mehr wahrscheinlich, weil ich ja irgendwie... Na, Halleluja. Ich bin aber schön ohne mich, bitte. Ja, ob er gewinnt. Aber vielleicht finde ich, wenn ich den Warp benutze, irgendwie. Warp. Okay. Nee, jetzt bin ich aber immer noch nicht rausgekommen. Vielleicht finde ich hier. Auf der Stelle. Gott, ist das doof. Du schießt denn da durch, Mensch. Ich komme hier auch nicht mehr durch. Na, du musst ja nicht mehr damit durchhalten. Nee, ihr macht das jetzt gefälligst, ja. Also auf zum nächsten Checkpoint. Wie habt ihr mich denn da überhaupt wiederbeleben können? Also bei mir, in meiner, lagst du oben. Du bist ewig weit hoch in die Luft geflogen, dann lagst du hinter mir. Dann konnte ich dich wiederbeleben, ja. Und bin in dem Moment aber weitergelaufen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo du quasi hingepackt bist. Also, also wenn ihr das ganze Spiel sehen wollt, schaltet mal eben zu Art hier rüber, bitte. Bei mir ist es gerade echt ein bisschen witzlos. Jetzt komm, schieb es weiter. Oh, das ist immer noch vorbei. Aber wir waren gut dabei, also besser als... Oh, da liege ich, da liege ich tot. Oh mein Gott. Ja, aber guck mal, ich meine 4 von 5. Also, obwohl wir diesen komischen Chester-Wissenschaftler da gemacht haben, ne? Ja. Also, kein Wissenschaftler mehr. Boah, ganz gut. Aber dafür mache ich jetzt einen Glitzerpack auf. Mach das. Jetzt will ich es wissen. Ganz unten ist im Übrigen gut. Ich bin weiter unten. Eine Schnauze aus Diamanten. Goldene Zähne für einen Schnapper. Mensch, goldene Blüten. Du siehst, das ist nur Mucks dabei irgendwie, oder? Also, keine neuen Charaktere und sowas. Nee, das ist wirklich bloß, ja, eine Glitzeranpassung. Glitzer, ja. Super. So, ich habe einen Spieler getötet und bin 13 Mal gestorben. Unterweg. Hm. 4 zu 20. Schwarzer Freitag für uns. Ja, 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 ja. Der 13. ist doch heute, ja, nicht. Hm. Na ja, gut. Ich glaube, lassen wir es dabei, wa? Keine Wissenschaftler mehr. Nächste Runde definitiv nicht, aber ihr seid hoffentlich wieder dabei. Ja, bitte. Unbedingt. Dann bist du im nächsten Mal mit dem schwarzen Bildschirm dann, ne? Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.